ich habe hier gerade mal ihr band wieder erneuert hier neu geklebt soll das schon echt abgekrabbelt die tür muss zu bleiben noch weil die weiter arbeiten leider aber tagsüber sind sie ja meistens sowieso drin ist nicht so schlimm hat noch mal neues wasser reingemacht so so Ich mache es so, ich mache es so. Ich mache es so. Das ist so, ich mache es so. Ja, kommt es bitte mal kurz an. Es ist zu warm. Soll ich euch nass machen ein bisschen? Soll ich euch ein bisschen nass machen? Soll ich euch nass machen, Pasha? Ist es zu warm? Ja? Kein Problem. Ich kann euch nass machen. Ja, ich kann euch nass machen. Warte, meinst du. Ich mach euch mal nass, ne, so, mit dem Kuhdaffee. Trinkt. Ich füge euch mal an. Vielen Dank. Nein, das geht im Moment nicht raus. Komm. Da du Arbeiter. Komm her. Nein. Du Schlingel, nicht die Tür aufmachen. Nein. Nicht die Tür. Was machst du mit der Foto auf? Schlingel. Ne? Machst du mit der Foto auf die Tür, ne? Das darfst du nicht. Ne. Da wird gearbeitet. Es ist warm, ja. Ich mach euch nass. Ne? Ich mach euch gleich ein bisschen nass. Tür bricht sonst ab. Pasha, die Tür ist kaputt. Ne? Ne? Pasha, da wird gearbeitet. Da kannst du jetzt nicht hin. Ne? Ja. Nein. Da liegen überall Kabel und Pullis aufgerissen. Nichts da. Pasha. So. Ein bisschen nass machen mit dem Wasser vielleicht. Mit dem Trinkwasser. Dann würden sie gleich abhauen. Stimmt. Dann hauen sie ab. Komm. Komm her. Komm. 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 Du auch? Komm. Kommt du auch? Komm. 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 Ein bisschen war kaltes Wasser. Das ist nicht schlecht. Pasha hat es ja freiwillig schon bekommen, aber sie ist, glaube ich, noch nicht so weit. Komm. Komm. Ja. Gut. 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 habt ihr ein bisschen erleichterung ich mag nicht mehr es reicht das reicht ich noch mal wasser ich noch mal wasser für euch nicht beißt nicht beißt nicht beißt da ist nichts mehr aber da sind noch nägel die müsste ich mal weg machen gleich die nehme ich mal mit raus